Hallo, ich bin Susi Müller und fasse Ihnen heute mal das Wichtigste über Jeffos Kekse für Feinschmeckerhunde zusammen. Hundeleckerlis gibt es ja wie Sand am Meer. Qualitativ hochwertige Hundeleckerlis sind aber so gut wie gar nicht zu finden. Und das, obwohl der Trend auch bei den Tierhaltern zu einer bewussteren Ernährung ihres Hundes geht. Neben mir steht jetzt Jeff Simpson. Und Jeff ist der Erfinder und Namensgeber von Jeffo. Jeff, was ist denn das Besondere an Jeffos Hundekeksen? Jeffo produziert feinste Backwaren für Hunde aus ausgesuchten Zutaten in außergewöhnlicher Form mit Liebe, Geruch und in liebevoller Verpackung. Ich habe auf der Packung gelesen, dass ihr absolut keine Konservierungsstoffe verwendet. Ja Susi, das stimmt. Außerdem erhalten unsere Hundekekse kein Salz, kein Zucker, kein Geschmacksverstärker und keine künstlichen Farbstoffe. Wir backen in Slow Food Verpackung. Das bedeutet, dass die Qualität der Rohstoffe bewahrt wird. Und das Richtigste, wir verwenden keine Zutaten mit verändernden Gene. Damit werde ich meinem Hund auf jeden Fall eine Freude machen, Jeff. Nicht nur deinen Hunden, sondern auch andere Hunde. Es gibt keine gesünderen, keine schönen und keine ehrlichen Belohnungen für Hunde als Jeffos. So Susi, jetzt musst du dich entscheiden. Nimmst du Keks Nummer 1, die Fruchtlalipops? Dankeschön. Oder Keks Nummer 2, die Barbecue-Württchen? Oder Keks Nummer 3, die verwirrliche Kötekirchen? Dankeschön, Jeffo. Jetzt machst du es mir wirklich schwer. Am liebsten hätte ich alle drei. Alle lieben Jeffo! Dankeschön. 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 Vielen Dank.